Vor, 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 vor. Genau. Also, ich hab's nicht mehr geklappt. Man sagt, kann ich. Sieht den Dach in da, dass Lücken geschossen werden hier vorne. Auch, ne? Der Reservebruch. Ja? Okay. Gut, dann hinten immer so aufsteilen, dann wird dieses Klamottenkonstrukt, ne? Okay. Dann Fülle aufnehmen. Da muss man gut zackig kommen, er da. Und ich lache und ich labern. Da muss man flutschen. Zack, 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 zack. Denken Sie ja gleich an die Überlappung der Schilder wieder, hier. Und noch mal nach oben, einheitlich. Einheitlich nach oben. Hier, das Lücken-Eckreder. Immer schön, die auf eine Höhe zu kriegen. Auf eine Höhe zu kriegen die Schilder. Ne? Und hier, denken Sie an den kleinen Ausgangsschritt, die Sie machen müssen. Ne? Knie durchstrecken. Hier, sieh auf, noch ein bisschen. Ne? Und nicht lachen. Immer blickfrei geradeaus. Nicht lachen. Keine Mimik machen. Ja? Die vorne, die da stehen. Die haben es genau auf Sie abgesehen. Ne? Die warten genau drauf, dass er lacht. Ne? Warum lachen Sie? Zack! Bis die gleich der nächste da rauskommt. Ne? Also, blickfrei geradeaus. Nicht lachen. Nichts. Ja? Und denkt dran, sobald einer am Schild zieht, und ihr könnt es nicht halten, lasst das scheiß Schild los. Ne? Dann die zweite Reihe, die ist jetzt ein bisschen sünn. Ne? Aufgrund des Karsinals. Ihr müsst immer dran denken an Zug, Druck, Zug, Druck. Wenn die hier vorne rufen. Normalerweise sollte sich immer in jeder Person einer stehen. Ja? Ich fülle das jetzt nochmal durch hier. Hier ist zum Beispiel... Ja, ich gehe jetzt hier. Von mir muss der hier. Und? Was kommt da? Zug, Zug, Zug. Genau. Immer. Und wenn wir nicht mehr gehen, müssen wir losladen und das nach hinten durch. Auffüllen. Wollen wir über ein neues Schild empfangen? Und dann muss die Reserve gleich wieder auffüllen. Auffüllen, 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 auffüllen. Schild auf! Ach, 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 ach. Wir wollen ja... Na? Was ist los? Wetter holen wir da hoch. Ja? Wetter holen wir da hoch. Schau nix. Schau nix. Schau nix. Roll, roll, roll. Roll, 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 rie... Roll, 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 roll. Schau nix. Schau nix. Der tribunale ist fertig按te Dakota. Mach mal sen Schlag instantly. Wir wollen klar иск ключ. Ich habe die Hand kaputt, wenn sie nicht sehen können! So, komm her, das ist gerade jetzt die zweite Schild gear. Gerade, was fänden die jetzt da? Hier herrauf! Go, hoff, go, hoff!! Hälft mirProgramm!! Hälft mirProgramm!! Hälft mirProgramm!! Hälft mirProgramm!! Hälft mirProgramm!! HälftProgramm!! M4, go home! M4, go home! M4, go home! Profitiert hier für TechCoin, komm an! Hab Schießerei am Lager, äh, mehrere Personen, wort denn... M4, go home! 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 Halbe Schusswechsel am Lager, benötige Unterstützung, Specs Bergung von Zivilpersonen, die verletzt wurden, komm an! M4, go home! M4, go home! M4, go home! Aufbewaffnete Personen! MG, ein kurzes Feuerstoß über die Personen! Alter, es wird wahnsinnig leicht! Los, züge ich! Wir aufheben! 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 Ein Feuerstoß! Noch mal? Ja! Alle raus! Ja! 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 Ich muss noch mal rein gucken, wo die Ängste ist, aber wir haben keine Chance. Ah, verlass ich weiß. Warum? Haben Sie es verletzt? Timon? Nein, da haben Sie es verletzt. Die Seillenken sind am besten. Timon soll ein Aufbau ohne Seil. Ja, guck mal. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Was ist denn da? Ja, 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 das ist da. Ja, das ist da. Das ist was will ich denn. Wir müssen da raus holen. Wo war die? Warte, ich komm mit. Lass mich mal. Wo war die denn ungefähr? Wo war die denn ungefähr? Oh nein, hier vorne rechts. Bei der Treppe runter, da rechts irgendwo. Ja. 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 Und da vorne auch. Vorne kann auch was. Ja. 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 Okay. Ja. Ich komme jetzt am Rettflug. Ja. 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 Gute Gäste Das ist immer ein Gebäude, ne? Denk dran, fünf bis zehn Meter vom Gebäude. Das ist ein Handkummer Alfa und Bravo. Das ist ein Handkummer, das ist ein Handkummer, das ist ein Handkummer.